Also, wer sagt denn, dass wir Schwaber nicht lebenslüchtig sind? Wer sagt denn, dass wir keine Gefühle haben? Natürlich haben wir Gefühle. Und was für welche? Schwäbische halt. Und da braucht man halt ein bisschen Geduld und ein bisschen Zeit, ja. Und das soll als Licht aus sein in der Schlafstube, ja. Dann kann es durchaus passieren, dass auch nach einer langjährigen Ehe, hier nach Dürre und Entbehrung, ja, die Stimme des Mannes in die Dunkelheit der Schlafstube zu vernehmen ist, Mechthild, roll dein Nachthemd auf, ich glaube, es ist so weit. Moins, ich glaube schon. Und sei so gut, langm Raum, mein Gebiss rum, ich will die Beißer. Und morgens nach der feurigen Liebensnacht, da schlupft er noch, er flüstert jetzt so, ich schenk ja, Schätzle, gell, war wieder prima. Ja, Reinholde, du bist der Allergrößte. Aber weißt, ich war wieder so müde, hast du noch lang gemacht? Ja, Reinholde, du bist der Allergrößte.